15. Saxton stand an der offenen Schiebetür in seinem Perthaus und spürte weder die Windstöße und die eisige Kälte, noch den Hunger, der ihn bis gerade eben gequält hatte. Alles verblasste neben dem riesigen Vampir, der vor ihm stand, auch wenn er aussah, als würde er gleich vom Dach des Commodore springen. Seine Haltung war angespannt. Das Haar stand ihm vom Kopf ab. Die Augen wirkten nervös und wach. Aber dieser Duft, dieser Duft! Dunkle Würze, Erregung, sexuelle Begierde. Was war das für eine Fantasieerscheinung? dachte Saxton. Schlief er und träumte? Geh nicht, sagte er heiser. Doch dann mäßigte er sich und bemühte sich um einen Ton, der nicht zu flehend klang. Ich meine, komm rein und erzähl mir, was passiert ist. Bitte. Rohns Blick schweifte ab, als würde er in die Wohnung blicken. Ich bin allein. Sexton trat noch weiter zurück. Wir sind allein. Beim Schleier. Warum klang das wie eine Einladung? Weil es eine ist. Schluss damit. Als er merkte, dass er das laut ausgesprochen hatte, schloss er die Augen und versuchte, sich zusammenzureißen. Entschuldige. Bitte. Es ist kalt. Oder vielleicht war es auch sengend heiß. Wer konnte das schon sagen? In Ordnung, sagte Rohn leise. Als sich der große Vampir seitlich drehte und durch die Tür trat, konnte Sexton nicht anders, als die Augen zu schließen und seinen Duft einzuatmen. Er hatte noch nie etwas so Sinnliches gerochen. In seinem ganzen Leben nicht. Mit zitternden Händen zog er die Tür hinter Rohn wieder zu. Ich, ähm, ich wollte gerade. Also, möchtest du vielleicht einen Kaffee? Rohn sah sich um und verschränkte die Arme vor der Brust. Nein, danke. Willst du dich nicht setzen? Es wird nicht lange dauern. Trotzdem schwieg er weiter. Er blieb neben der Tür stehen. Die Stiefel fest auf den hellgrauen Teppich gepflanzt. Ein Riese in einem Puppenhaus. Seine schwarze Lederjacke und die blaue Jeans schienen dem sorgfältig konstruierten Minimalismus um ihn herum zu spotten. Erzähl mir, was passiert ist. Sexton ging zum Sofa und setzte sich. Stimmt was nicht? Rohn holte tief Luft und das Leder knarzte, als sich sein Brustkorb dehnte. Ich war beim Farmhaus von Mistress Miana, um nach dem Rechten zu sehen. In der Einfahrt stand ein Truck, kurz vor dem Rondell vor dem Haus, schwarz mit verdunkelten Fenstern. Ich wartete. Nach einer Weile stiegen zwei Männer aus und sahen zu den Bäumen. Einer hielt einen Sensor in der Hand. Sie wissen, dass wir die Kameras entfernt haben. Ja. Rohn steckte die Hände in die Taschen seiner Jacke. Und? Nun, ich konnte sie nicht einfach allein lassen und gehen. Jetzt kommt's, dachte Sexton. Was hast du getan? Ich habe mich hinter das Gebäude dematerialisiert und kam dann wieder nach vorn, als wäre ich ums Haus gelaufen. Die Männer waren überrascht. Ich sagte ihnen, ich würde bei meiner Tante wohnen und wäre gerade beim Holzhacken gewesen, als ich sie die Straße hochkommen hörte. Ich fragte sie, was sie auf dem Grundstück machten. Einer sagte, er sei ein Freund und wäre besorgt um die Bewohnerin des Hauses, weil sie doch so allein wäre. Ich sagte, sie sei nicht allein. Schließlich wäre ich ja da. Doch sie meinten, sie wüssten, dass sie allein lebt. Dann erzählten sie, wie sehr sich die Nachbarschaft verändert hätte und meinten, dass sie sich überlegen sollte, zu verkaufen. Ich sagte ihnen, dass sie sich nicht mehr Sorgen bräuchten, da ich mich ja nun um das Haus kümmere und es vor Eindringlingen schütze. Dann fragte ich nach ihren Namen und warum sie überhaupt auf dem Grundstück waren. Und da wurde es interessant. Haben sie dich bedroht? Sie haben mir das hier gegeben. Er zog ein paar Blatt Papier aus der Tasche, die zu vier Ecken gefaltet waren. Sie meinten, die wären für Mistress Miana. Sie hätten es tagsüber ein paar Mal an der Haustür versucht. Sexton beugte sich vor und streckte die Hand nach dem Papier aus. Hast du ihr das gezeigt? Ich kann nicht lesen. Rune kam Sexton nur so weit entgegen, dass er ihm die Seiten reichen konnte und zog sich sofort wieder zurück. Da ich nicht wusste, was es ist, wollte ich sie nicht unnötig beunruhigen. Ich war mir nicht sicher, was ich tun sollte. Deswegen habe ich dich angerufen. Sexton faltete die Seiten auf, überflog den Text und sprang auf die Füße. Dann lief er umher und las noch mal von vorn. Was ist das? fragte Rune. Sexton blieb stehen und sah ihn an. Man beschuldigt sie, unrechtmäßig in dem Haus zu wohnen. Aber wie ist das möglich? Das Haus gehört ihr doch. Das stimmt. Aber sie und ihr Helren waren in einer Sache nachlässig. Es ist mir gestern Nacht aufgefallen. Sie haben versäumt, ab und an einen Eigentümerwechsel anzumelden. Was ist das? Das ist für Vampire eine Strategie der Tarnung, wenn sie Immobilien in der Menschenwelt besitzen. Ungefähr alle 20 Jahre sollte man so tun, als hätte man sein Haus oder Land an ein Familienmitglied verkauft. Sonst hat man irgendwann den Fall, der Mianer jetzt Probleme machen könnte. Den durchgehend gleichen Eigentümer seit 1821. Was für Menschen natürlich unmöglich ist. Offensichtlich hat der Bauunternehmer diesen Fehler entdeckt, Obwohl er natürlich nicht ahnen kann, wie er zustande kommt. Aber wie dem auch sei. Sag, hast du gewartet, bis die Männer gegangen waren? Ja. Sie fuhren weg, gleich nachdem sie mir die Blätter ausgehändigt hatten. Rune runzelte die Stirn. Kannst du Mistress Mianer helfen? Sexton ging in den Küchenbereich und steuerte direkt auf die Kaffeemaschine zu. Während er sich eine Tasse eingoss, rasten seine Gedanken. Dokumente zurück datieren. Er musste die Unterlagen fälschen. Als er sich umsah, ertappte er Rune dabei, wie er sich unter den Arm griff, den Oberkörper streckte und dabei das Gesicht verzog. Alles in Ordnung, erkundigte er sich. Ja, alles gut. Du siehst aus, als hättest du Schmerzen. Das spielt keine Rolle. Für mich schon. Rune öffnete den Mund, schloss ihn, öffnete ihn wieder. Traurig schüttelte Sexton den Kopf. Mit einem Mal war er müde. Sein Gegenüber machte ihn scharf und verwirrte ihn. Außerdem kotzten ihn die Menschen an, die sich überall einmischen mussten. Er war es leid, sich höflich und korrekt zu verhalten. Hör zu, brummte er. Sag mir einfach, was los ist. Wir arbeiten doch zusammen. Oder, doch wenn du körperlich beeinträchtigt bist, möchte ich nicht, dass du mit der Sache zu tun hast. Es folgte ein langes Schweigen. Dann verschränkte Rune erneut die Arme. Diesmal ohne Schmerz verzerrtes Gesicht. Ich wusste immer, dass du gegen mich bist. Ich verstehe nicht, wo das Problem liegt, sagte Novo und bemühte sich, möglichst stark und entschlossen auszusehen. Okay, in Ordnung. Sie lag noch immer im Krankenbett und war an allen möglichen und unmöglichen Stellen mit Drähten und Schläuchen verkabelt, auf die sie lebend gern verzichtet hätte. Außerdem trug sie ein Flügelhemd, das mit kleinen rosa Blumensträußchen gemustert war. Aber verdammt, es ging ihr ausgezeichnet. Und sie hatte jedes Recht zu... Sie bleiben in der Klinik. Dr. Menello stand neben dem Bett und lächelte, als hätte er alle Trümpfe in der Hand. Tut mir leid. Sie musste den Impuls unterdrücken, dem Menschen gegen den Hals zu boxen, und blickte an sich herab. Sicher lag es an den verdammten Rosen. Warum gab es keine Flügelhemdchen mit Deathpool-Masken? Messern. Bomben mit brennenden Lunden. Giftfläschchen. Es tut ihnen nicht leid, maulte sie. Sie haben recht. Mir ist egal, ob sie wütend auf mich sind. Was mir nicht egal ist, ist ihr Herz. Also, ich erspare ihnen jegliches Gesülze, von wegen, seien sie ein braves Mädchen, weil ich nicht auf eine Kastration scharf bin. Aber tun sie mir den Gefallen und ruinieren sie nicht meine hübsche Flickarbeit. Bleiben sie, wo sie sind. Okay? Es geht mir gut. Sie haben auf dem Weg ins Bad das Bewusstsein verloren. Mir war schwindelig. Das war alles. Sie lagen hilflos auf dem Boden, als ich reinkam. Aber die Infusion war doch noch drin. Aber nicht der Katheder. Den haben sie eigenmächtig entfernt. Er hob die Hand, um alle weiteren Argumente zu unterbinden. Ich sage ihnen was. Ich ernenne sie zur Patientin der Nacht für besondere Leistung. Gratulation. Zur Belohnung verordne ich ihnen ein Krapfen und strikte Bettruhe. Novo schnaubte und versuchte, die Arme vor der Brust zu verschränken. Leider löste sie dadurch eine Arrhythmie aus und einer der Apparate begann hektisch zu fiepen. Also musste sie die Arme wieder senken und seitlich herabhängen lassen. Es geht mir gut. Nein, aber bald. Dr. Menello ging ums Bett und stellte den Apparat neu ein. In ein, zwei Nächten. Vorausgesetzt, sie bleiben im Bett. Ich gebe dieser Klinik eine miese Bewertung im Netz. Das wäre mir eine Ehre. Der Arzt legte die Hand aufs Herz und verbeugte sich. Vielen Dank. Ach ja, ihre Mutter hat angerufen. Novo fuhr hoch, doch es war zu schmerzhaft. Zischend sank sie zurück aufs Kissen. Meine Mutter? Ja, sie hat versucht, sie zu erreichen. Sie hatte Angst, sie könnten tot sein. Ich versicherte ihr, dass sie noch atmen. Dass ich das Ampulsoximeter an ihrem Finger ablesen konnte, habe ich ihr verschwiegen. Aber wenigstens wusste ich, dass die Info korrekt war. Novo versuchte, ein gleichgültiges Gesicht aufzusetzen. Aber dieser verdammte Alarm, der an ihr Herz angeschlossen war, ging schon wieder los. Was hat sie gesagt? Ich meine, was haben sie ihr erzählt? Sie schloss die Augen. Nichts von der Verletzung, oder? Ich bin nicht befugt, Auskünfte über meine Patienten zu geben. Dr. Monello beugte sich über den schrillenden Alarm und brachte ihn erneut zum Schweigen. Ich sagte, sie seien für den Rest der Nacht im Unterricht. Aber vielleicht sollten sie sie zurückrufen, sobald sie die Kraft dazu haben. Ich weiß nicht, ob ich sie jemals haben werde. Können sie mir nicht ein Attest ausstellen, das mich davon befreit? Versprechen sie mir, im Bett zu bleiben? Gern, ich weiß nur nicht, ob ich mich daran halte. Verstehe. Kurze Frage. Wie klug ist es, einen Chirurgen vorzuschicken, wenn sie nicht wollen, dass ihre Familie von ihrem Zustand erfährt? Wenn sie mir weiter mit Logik kommen, muss ich sie bitten, meinen Fall an einen Schwachsinnigen zu übertragen. Genau. Warum schwierig sein, wenn man auch völlig unvernünftig sein kann? Ganz genau. Dr. Monello lächelte und ging zur Tür. Doch dann sah er sich nochmal um. Ist mit ihrer Familie alles in Ordnung? Er hob erneut abwehrend eine Hand. Sie müssen mir nichts erzählen. Es ist nur, ihre Mutter war ganz aus dem Häuschen. Und es ist offensichtlich, dass sie sie meiden. Meine Mutter ist ständig wegen irgendwas aus dem Häuschen. Meistens wegen meiner Schwester. Sie wird sich vereinigen. Ich soll Brautjungfer sein. Vermutlich sogar Trauzeugin und mich um die Feierlichkeiten kümmern, anstatt meinen Job zu machen und die Spezies zu schützen. Schließlich ist es so viel wichtiger, Kleider auszusuchen und einen verdammten Junggesellenabschied zu organisieren, als gegen Lässer anzutreten. Ich wusste gar nicht, dass Vampire diesen Scheiß veranstalten. Tun wir auch nicht. Meine Schwester braucht nur sehr viel Aufmerksamkeit. Deswegen reichen die Traditionen einer Spezies für sie nicht. Sie braucht mehr. Klingt ja reizend. Der Chirurg lächelte noch breiter, wobei sich sympathische Lachfältchen um Augen und Mund zeigten. Aber ohne ihnen zu nahe treten zu wollen. Ich glaube, sie sehen bezaubernd aus mit Schleifen und Rüschen. Besonders in Rosa. Stöhnt schloss Novo die Augen. Bitte, können Sie mich nicht einfach ruhig stellen? Tut mir leid, aber ich fürchte, wenn ich Sie K.O. schlage, fallen Ihre Mitschüler über mich her. Ich meinte mit Medikamenten. Oh, langweilig. Dr. Monello wurde ernst. Ruhen Sie sich aus. Wenn Sie Ende der Nacht stabil sind, denke ich darüber nach, Sie zu entlassen. Okay. Als Novo die Augen wieder aufschlug, sah er sie mahnend an. Aber Sie müssen sich nähren. Ganz gleich von wem. Das ist Pflicht. Der Arzt verschwand Die Vorstellung von ihrer Schwester in der Warteschlange brachte sie zum Lachen. Und der Stich, der ihr dabei ins Herz fuhr, fühlte sich an, als wäre irgendeine Naht geplatzt. Doch es ging kein Alarm los. Die Geräte piepsten ruhig vor sich hin, als liefe alles in einem geregelten Kreislauf. Mit einem Schlag war sie zurück in dem kalten, leer stehenden Haus. Sie lag auf dem Boden im Badezimmer und blutete zwischen den Beinen. Schmerz von einer anderen Sorte als jetzt wütete tief in ihrem Bauch, sodass sie sich wandte und verrenkte, bis sie glaubte, zu zerbrechen. Damals hatte es keine medizinische Hilfe gegeben. Keinen freundlichen Arzt mit scharfem Verstand und gutmütigen Augen. Keine piependen Apparate. Keine Schmerzmittel. Kein klares Verständnis davon, was mit ihr geschah, bis etwas aus ihr rausgekommen war. Ihr Kind. Leblos. Obgleich perfekt ausgeformt. Sie hatte so stark geblutet, dass sie sicher gewesen war, sie würde sterben. Doch das Schicksal hatte es anders gewollt. Sie hatte überlebt. Wie sich zeigte, wurde man nicht einfach in den Schleier aufgenommen, nur weil man es sich wünschte. Nein, sie war am Leben geblieben. Doch ein Teil von ihr war für alle Zeit verloren. Moment, das stimmte gar nicht. Sie war schon vor dem Abgang nicht mehr ganz gewesen. Klar, dass sie sich danach die Schuld an dem Verlust gab. Ihr Körper hatte dem Kind gegenüber versagt. Er hatte dieses unschuldige Wesen sterben lassen. Nein, nicht ihr Körper. Es war ihr Geist gewesen. Ihr Charakter. Ihre Verzweiflung darüber, Oskar an Sophie zu verlieren, hatte die Fehlgeburt ausgelöst. Sie war nicht stark genug für ihr Kind gewesen. Nicht hart genug. Sie hatte versagt. Hör auf! Hör auf! Hör endlich auf! Verdammt! Um sich von der Vergangenheit loszureißen, konzentrierte sie sich darauf, wie sie der Klinik entkommen konnte. Nähren. Sie musste sich um Nahrung kümmern. Mit einem Grunzen, vielleicht einem Hinweis darauf, dass sie wirklich noch nicht ganz wiederhergestellt war, streckte sie die Hand nach dem Rolltisch neben dem Bett aus. Sie schob eine Dose Ginger Ale zur Seite. Die rosa farbene Bettpfanne aus Plastik. Die Box mit den Kosmetiktüchern und die Fernbedienung für den Fernseher, den sie noch nie benutzt hatte, um an ihr Handy zu kommen. Für den Einsatz hatte sie den Klingelton stumm gestellt. Und irgendjemand war so klug gewesen, ihn nicht wieder einzuschalten. Als sie das Display aktivierte, erschienen jede Menge Nachrichten. Viele waren von ihren Mitschülern. Eine von John Matthew. Ein paar von den Brüdern. Eine von Rage, der wissen wollte, ob sie schon für eine Aussage über die Ereignisse in der Gasse bereit war. Und ungefähr 750 Nachrichten von ihrer Schwester, die auch einige Male auf die Mailbox gesprochen hatte. Genau wie ihre Mamen. Novo schloss die Augen. Fast hätte sie geschrien. Doch sie riss sich zusammen. Nähren. Sie musste sich nähren. Und wo sie schon dabei war. Wäre es nicht schlau, den Kandidaten dazu mit Bedacht zu wählen? Sie würde Craig, Axe oder Boone fragen, ob sie ihr helfen konnten. Ganz genau. Sie würde einem der Jungs schreiben. Sie würden kommen, sobald sich ein Transport ins Trainingszentrum arrangieren ließ. Darauf konnte sie sich verlassen. Schon wäre sie einen Schritt näher an ihrer Entlassung aus der Klinik. Und einen Schritt weiter entfernt von Komplikationen, die sie nicht brauchen konnte. Namentlich Peyton und seinem adeligen blauen Blut. Ganz genau. Sie würde sich an Craig wenden. Oder Axe. Oder Boone. Völlig ausreichend, sagte sie sich, während sie ihr Handy entsperrte. Ganz und gar.